So Leute, ihr seht, ich hab meine Kamera wieder. Bin jetzt im Bett bei Robin und das ist so ein rotes Top-Ding. Ich liege, mach ich immer diesen und irgendwann hab ich voll das rote Gesicht. Thema bitte einmal. Pick-up. Pick-up ist eine schöne Sache. Muss ich dafür den Bart so rasieren, sodass man nur so einen Strich hat. Das hochgelen. Und so ein... So ein... Na? Oh, nicht auch immer. Blau-Hall. Nicht overall, sondern... So ein... Auch nicht Flachmann. Na, wer heißen die Dinger denn? Blaumann. Ja, ein Blaumann. Nein, ich meinte ein Sakko. Und einen Hut mit einer Feder muss man sich aufsetzen. Mach das mal, dann geht er hin und fragt, wo es zur Post geht. Und wenn die sagt... Hä? Dann sagt ihr, das sind die Dinger, diese Fäckchen, die es vor E-Mail gab. Hä? Für eine Minute regeln. Dann.